Prinzipiell, immer wenn ich Zeit habe, habe ich schon immer Tierbilder gemalt. Einfach nur für meinen persönlichen Spaß und immer wenn genügend zusammen waren, dann habe ich halt eine Ausstellung gemacht. Es ging auch immer ein Teil des Erlöses an einer Organisation, mit der ich dann zusammenarbeitete, aber ich fand, es gibt nichts Schlimmeres als irgendwas Gutes zu tun und dann irgendwie noch drüber zu reden großartig. Erst als ich festgestellt habe mit der Zeit, da hören jetzt doch drei Leute mehr zu und gucken drei Leute mehr hin und die Welt ist nicht in so einem tollen Zustand, da ist es vielleicht sogar hilfreich, dass ich da einfach erheblich lauter wurde und jetzt die Klappe gar nicht mehr zukriege. Ich weiß auch nicht, warum es so lange dauerte, bis ich das erste Mal in Afrika war, um tatsächlich mal das live anzugucken, was ich seit Jahrzehnten vorher schon gemalt hatte, in der Landschaft zu stehen und wirklich zu wissen, wie bewegen sich die Tiere, wie siehts über, hinter und neben mir aus. Man kriegt einfach so ein 360-Grad-Gefühl. Ganz viele davon sind auch ziemlich groß, eine Leinwand von bis zu zwei Metern und das kann sich, das funktioniert weder online noch an Bildbänden noch sonst irgendwas, aber ich sehe es ein, dass dann doch ein paar Leute mehr die Bilder sehen wollten, als so in Ausstellungen gehen konnten und so gab es dann halt irgendwann mal Bücher. Der Grund dafür, Tierbilder zu malen, war aber immer ein rein Privates, war nur meine reine Liebe zur Natur und weil ich ein völliger Tierfanatiker bin. Ich male tatsächlich Tiere noch ein bisschen lieber als Frauen, aber nicht weitersagen. Das war's auch auch. Das war's auch. Das war's auch. Die Welt war's auch. Die Welt war's auch. Der Grund dafür, Tierhaus in der Tat zirale. Und das war's auch. So, dass das ist, was die Leute in der Tat.